Moin Leute, nach dem letzten Video Diamantener Heimat haben wir die fehlenden Abos für die 500 Folge gemacht. Ich habe mich mega darüber gefreut. Als ich mit YouTube angefangen habe, hätte ich nie erwartet, dass ich irgendwann mal so viele Abonnenten haben würde. Vielen Dank für die ganzen Abos, ihr seid einfach nur mega. Als 500 Abos Special habe ich mir überlegt, dass wir uns mal die Highlights von dem Beginn meines YouTube-Kanals bis heute zusammen angucken. Viel Spaß dabei und nochmal vielen Dank. Ihr seid einfach die Besten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So Leute, wir spielen heute mal ein bisschen The Hunter Call of the Wild und zwar in Lake and Lake. Und ja, wir gucken mal, wo hier ein paar Tierchen sind. Und übrigens, das hier ist das Geburtstagsgeschenk für meinen Vater. Er hatte nämlich vor kurzem Geburtstag und ich habe ihm ein Video in Lake and Lake geschenkt. Und ja, er hat sich hier diese Strecke gewünscht. Und ja, er hat sich hier diese Strecke gewünscht. Und ja, er hat sich hier diese Strecke gewünscht. Und in einem Video. Oh mein Gott. Geil. Oh mein Gott. Ich komme gerade gar nicht mehr klar. Da ist noch eine. Ohne Fünfer. Hier ist die Orange. Okay. Drei. Zwei. Eins. Ja. Ja. Nee, hier ist die freie Fläche. Ich sehe ihn. Ach so. Oh mein Gott. Der ist groß. Der ist richtig groß. Was für eine Wertung? Äh, 314. 314? Das mit Ria. Hast du ihn? Jo, der fällt. Nee. Das gibt's nicht. 275. So. Ich habe ein Foto von dir. Guck nach. Ja. 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 Sorry. Ich schreibe. Ich schreibe. Ja. Dir. 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 Als wenn. Was? Was? Stopf den aus. Ja, ja. Habe ich. Mal gucken, ob Andi es eskaliert. Ach, mach ein Foto davon. Ja, ja. Screenshot. So, jetzt sind wir hier in der Hütte angekommen und wir öffnen mal direkt beide Türen und zu Anfang sieht man hier den Dia Elch von der Dia Reise um die Welt. Ja, den habe ich im Stream geschossen und habe so lange nach dem Dia Elch gesucht, weil sie ihn dann endlich gefunden habe im Stream dann auch noch. Äh, ist es blond? Ich glaube, das ist blond. Ja, er droppt. Gut. Junge Neuner. Alter. Dann stand da einfach ein Neuner. Ja, er droppt. Geil. Oh mein Gott. Junge, das ist ein Blonder. Ein Blonder direkt neben dem Dia. Oder Neuner. Junge. Wer ist der Neuner, wenn das ein Dia ist? Ja, ja. Ja, Dia Löwe. Was ein Riese. Oh oh. Der knurrt irgendwo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Zähner. Junge, der Great One. Junge. Alter Schwede, da steht der Great One. Da steht der Great One. Junge. Alter, da steht der Zähner. Junge. Da steht der Zähner. Alter. Ich wollte gerade einfach nur schön auf Neuseeland-Rothiersche jagen. Ich habe schon so viele Diamanten erlegt, doch noch nie war ich so aufgeregt vor einem Schuss. Das ist nicht einfach ein Diamant, sondern der verdammte Great One. nicht mehr möglich ist. Ja. Oh Gott, Alter, er liebt. Nee. Nein. Oh Gott, Junge. Den Screenshot, mehr nicht. Nee, ich bin drauf. Okay. Great one. Yes! Geil! Oh, ausstopfen, ganz wichtig. Warte. Yes! Es ist ein Diamant. Yes! 265, auf hier Schfelden. Oh, alter Schwede. So, Screenshot. Ja, der Schuss. Ich wollte ihn einfach schießen. Ich wollte nicht noch länger warten, bis er sich dreht. Aber die Rino, die geht von vorne bis hinten durch. So, Leute, das waren jetzt die Highlights aus den letzten zwei Jahren. Ich hoffe, der Weg geht weiter, dass ihr mir noch regelmäßig zuschaut und dass wir weiterhin viel Spaß auf YouTube haben werden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, seit wann ihr schon dabei seid. Würde mich mal mega interessieren. Ich würde mich mega über ein Like und ein Abo freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.